Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Ich sag's euch, ich sag's euch, ich sag's euch, das kann doch einfach nicht sein. Ihr habt überwiegend für das Logo entschieden das, was meine Butterbirne eigentlich am allerwenigsten wollte. Ihr habt mich und meine Mama allerdings auf eine Idee gebracht, deshalb brauche ich noch einmal eure Meinung. Heute hat sie sich wieder auf die Couch gepflanzt und sich nochmal an die Arbeit gemacht und eine ganz andere Variante entworfen. Viele von euch haben gesagt, dass das Logo nicht zu mir passen würde, es soll frech und wild sein, dann schaut her ihr lieben Menschen. Achtung, auf die Plätze, fertig, los! Jetzt sagt mir bitte bitte nochmal eure Meinung, warum ich das mit euch entscheiden will ist doch klar wie Klossbrühe. Wir sind doch eine Gemeinschaft und ohne euch wäre ich nicht da wo ich jetzt bin, entscheidetweise. Ich wünsche euch einen erholsamen Abend, passt auf euch auf. Wenn euch mein Video gefallen hat würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Küsschen aufs Nüsschen, Wurmi out!